Ja, hier haben wir unseren nächsten Bodybuilder-Boss. Du wirst gleich sehen, der schaut jetzt nicht nach einem Bodybuilder aus. Hier ganz einfach auf dem grünen drauf springen. Das ist immer dasselbe, das ist hier gescriptet. Danach mischt er, macht blau. Der wirft auch immer in dieselbe Stelle halt. Und guck mal, wenn er jetzt wirft, da sind zwei gescriptete wieder. Rechts, links. So, jetzt hast du schon mal drei weggehauen. Jetzt wartest du wieder, haut er hier eins, zwei, drei blaue. Einfach bewegen. Ja, hast du gesehen, wie ich das Ganze gemacht habe? Und jetzt kommen wieder drei gescriptete Grüne. Einmal rechts, links, unten. So, jetzt hat er nur noch ein Leben. Das wird er bald zum Bodybuilder. Professional Bodybuilder. So, da hat er jetzt rumgeworfen. Ich glaube, mit dem kann ich aber nicht mithalten, oder? Also, das ist schon Professional Bodybuilder. Hier wichtig, beim ersten ist er relativ schnell. Auf den Stein springen und drauf. Dann beim zweiten, jetzt pass auf, du stehst am Stein und da klopft er ewig. Also, der ist jetzt viel langsamer. Spring nicht so schnell auf ihn drauf. Das ist extra so, um dich zu verwirren, weil sonst trifft er dich. Hier wieder, braucht er ewig. Warte, 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 warte. Und dann drauf, drei Schläge und er ist tot. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir sehen uns in weiteren Videos. Abonniert den Kanal und viel Erfolg.